Ich habe das Controller, jetzt so. Vorbereitung Garnon. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben noch nichts gekocht. Wir sind noch nicht zu Garnon hingewuppert. Wir haben noch unsere Abzeichen nicht eingelöst und die Crocs noch nicht. Alles nicht gemacht. Das ist scheiße. Das müssen wir alles machen heute. Wie nennen wir unser riesen, dickes, großes Pferd? Hans? Hans, oder? Ich hatte Pipi in den Augen, jedenfalls so leicht. Sicher, dass es Pipi war und ich vielleicht ein bisschen Wieselwuppa, was sich da vielleicht irgendwie hinverirrt hat. Applaus, Applaus. Ja, schön, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir nennen unser Riesengaul. Das macht jedes Mal Spaß. Wer ist denn der Größte? Der Größte aus der Community? Der Größte? Wir sind beide relativ groß. Schickt mal schnell eure Körpergröße. Schnell alle mal eure Körpergröße rein, echte Körpergröße rüberprüfen. Klobo ist lustig. Körpergröße, Körpergröße, Körpergröße. Klobo. Klobo ist gut. Klobo ist ganz gut. Jungs, ihr seid gerade auf Platz 1 auf Twitch gelandet. Ich glaube, das ist eine Lüge. In den Twitch-Charts? 1,38, klein, klein, 1,90. Die mit Smoker, vielleicht lügst du. Kann das sein? Nein. Diggidi. Ich bin der Größte. Vielleicht nennen wir es Diggidi. Das ist witzig. Wir nennen es Diggidi. Aber wir haben doch schon ein Diggidi-Pferd. Ja, wir haben Diggidi-Pferd. Fuck. 1,80. Bislang ist der Nachbar der Größte. 1,80 macht sie. 1,80. Ein paar Wabotsche. Alle klein, auch. Björn ist nicht. Ach so, in ihrer persönlichen Twitch-Liste. Ach so, ach so. Das ist ja noch viel geiler als auf irgendeiner anderen Twitch-Liste. Vielen Dank. Nice. Das ist lieb von dir. Ah hier, Fee ist über 2 Meter. Dann nehmen wir es Fee. Fee-Pferd. Fährt. Aber mit F. F-E-R-D. Einfach. Ne, einfach nur F-E-R-D. F-E-R-D. Das ist doch super. Fährt. Das ist gut. Das ist lustig. Ich kann echt nur lachen. Ah, Spiel-Sound fehlt noch. Ja, jetzt können wir wieder. Wegen mir. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir es abgeben. Abgebigung. Da ist der Spiel-Sound. Ah. Ah, dieser Sound. Wir wollen uns doch jetzt teleportieren. Äh, teleportieren. Wir wollen doch eigentlich jetzt hierhin, dahin. Aber dann teleportieren wir uns dahin. Und dann können wir dahin schwimmen. Weil das wollen wir uns angucken. Du erinnerst dich? Wir wollen nicht mehr gucken. Wir müssen machen jetzt. Aber nur das noch schnell. Oh, Dude. Wir kommen in Teufelsgarten. Nee. Fährt. Wie, 2,32 Meter? Nein. Wer hat das geschrieben? 2,32 Meter? Ja, Fee. Fee hat das geschrieben? Ja, es ist 2,32 Meter. Ist so groß. Seine High Heels ausziehen. Das ist nur noch 1,83 Meter groß. Der Song ist in der Dropbox, Jungs. Okay, danke. Oh je. Ja, ich bin ein bisschen... Also ich bin mit dem Timing nicht 100%. Aber der Groove war da. Der Groove war da. Der Groove war da. Der Flow war auch gut. Ja, ja, ja. Alles cool. Auch ein bisschen lustig. Lustig. Und alles. Ich habe auf dem Text wirklich nichts gehört. Ja? Also gar nichts. Nee. Aber warte mal. Krok. Ah, ich kann nicht anders. Wir müssen da kurz hinfliegen. Lass uns kurz da hinfliegen. Ganz kurz. Oh. Dann können wir dann direkt wieder hoch. Guck mal, da schwimmen die Ex-Alphonse. Da unten. Guck mal. Guck mal. Rock'n'Roll. Links, halt links fahren. Busch da. Ha. Wollte sich verstecken. So, aber ich werfe ihn da rein. Niemals. Oh, reicht. Passt gut. Schön. Oh mein Gott. Gott, so viel Geld. Oh, wer hat uns so viel Geld geschenkt. Guck mal, erst der Sam. Mit so viel Liebe zur eigenen Community. Mit so viel Liebe zur eigenen Community. Digga. Oh. Digga ist jetzt. Voll so ein Nitter. Voll so ein Nitter. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Fünf Euro schickt sie uns rüber. Das ist wirklich lieb von dir. Das ist sehr nett. Dankeschön. Wir sammeln übrigens, das kann man vielleicht, oh, es ist gleich die Blutmund. Okay, ja. Jeder Cent, der momentan uns freundlicherweise, äh. Sag einfach Nitter, wir können sie Nitter nennen. Nitter. Der, der uns geschickt wird, das muss man mal kurz erwähnen. Wir bauen momentan ein Set in unseren Keller, der noch vor kurzem überschwemmt war, weil wir einen Wasserschaden hatten. Und da bauen wir ein Set rein. Und jeder Set momentan wird da in den Umbau gesteckt. Also für unser Retro-Set. Also ist das wirklich auch gut angelegt, möchte ich an der Stelle sagen. Und vielen Dank nochmal. Das ist wirklich großartig. Das bedeutet uns sehr viel, wenn jemand Lust hat, uns zu unterstützen. Das ist wirklich gut. Ich habe richtig Hunger jetzt, Dirk. Ja, ja, wir machen es gleich noch schön. Mal Alphonse, ist sie sonst schon was? Ich hatte nichts Warmes heute. Nichts Warmes? Nichts war warm? Eigentlich machen wir noch ein Ei. Ein Ei noch? Wir können uns noch ein Ei braten. Weiß nicht, wann fährt der letzte Bus, Dirk? Spät. Spät? Ja. Und morgen schon wieder frühe Sendung. Ja, es ist frühe Sendung morgens. Aber Kmetzsch macht das. Kmetzsch macht das. Morgen regelt Kmetz. Kmetzsch und die Azubis, ne? Die regeln das. Wir kommen erst um Mittags. So, wir können jetzt, dann gehen wir jetzt zu Kokiri, Kakariko und werden da uns erstmal Nee, erstmal zum Krox, oder? Krox und Krox. Und erstmal machen wir den im Wald der Krox und waffen uns. Wann das nochmal? Das war doch auch hier. Im Wald der Krox. Hier irgendwo. Oh, hier, da, 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 da. Nein, 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 tiefer. Das ist ein Wald von Hyrule, Wald der Krox. Ah, da ist er. Ja, was ist das denn nochmal? Weiß nicht. Kido Wawai. Ah, hier ist er doch. Wawawai. Wawawai, was? Schnell da mal hin. Konntest du nicht zu dem... Was nützt du ein Schrein nicht in die Stadt? Ja. Aber der Schrein ist in der Stadt. Das ist ganz praktisch. Wap, bap, badiwap, bada, da, da, wap, bap, bap. Wap, bada, da, da, wap, bap, bada, da, 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 da. Diese... Diese Nuss. Dass sie da mit einem doch so ein Oho manchmal reindrückt, ne? Mhm. Ja. Wo ist nochmal der Dicke jetzt? Der ist direkt beim Baum. Da ist er. Hi. Jetzt geht es gleich ab. 31. Was will er für die Waffentasche haben? Der Lümmel. 17. 17 Samen direkt. Ooi. Alter. Er hat auch fleißig seinen Wiesel gewuppert. Ja, hat er wirklich. Guck mal, Link schaut durch sein Schild durch. Oh ja. Guckt auch ein bisschen böse, ne? Ja, ist böse. Werde größer, Waffentasche. Ja, ja, vielleicht nochmal, vielleicht die Schildtasche. Waffentasche, die Waffentasche wird es nicht nochmal reichen, denke ich. Acht, ja, nehmen wir das, ne? Schnapper. Ja, wahrscheinlich ist das günstiger, besser, meine ich. Wahrscheinlich können wir einmal die Schildtasche jetzt einfach auch noch... Oh, also eigentlich hätte ich das gerne zelebriert. Aber das lässt er sich nicht nehmen, kann man nicht überspringen. Ein Bogen mehr? Ja, das sieht auch jetzt viel besser aus. Da, 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 da. Da, 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 da. Nachti, Tom. Da, da, da. 11.88.0. Da werden Sie geholfen. Ich werde dir jetzt, ich gebe dir die Auskunft, dass du heute Nacht einen sehr guten Schlafhaben bist. Du wirst heute Nacht einen ausgezeichneten Schlaf haben. Das ist meine Auskunft an die. Das ist deine Auskunft an... Oh, wir sind groß. Oh je, schnell wieder klein. Klein. Guck mal, jetzt guck da nicht mehr durch. Ah, nee, das ist zu teuer. Oh, 35, also mach mal halblang. Äh, ja. Gut, gut, gut. Welche Tasche soll ich denn größer machen? Bitte die Schildtasche. Schildtasche? Drei. Yes, reicht nochmal. Schön alles ausgegeben, alle Sämchen. Aha, haben Sie uns groß gemacht, aber haben wir nicht gemacht. Ja, ja, haben wir reingelegt, Regie. Da seht ihr mal, wer ihr den Ton angibt. So, tschüss. Tendenziell, der am Ton brüllt, aber. Der regelt. Okay, jetzt könnten wir noch nach Kakariko. Ah, Digi, die macht gerade Werbung für den Twitch-Anime-Marathon. Wer die Nerds der News fleißig sich jeden Morgen anguckt, der jetzt jeden Abend, inzwischen jeden Abend, ab jetzt immer abends, der weiß dann direkt Bescheid. Wo war nochmal Kakariko? Ist auch hier gewesen. Ah, bin ich doof? Ah, da unten. So weit. Kakariko! Wenn man ein alter Zelda-Veteran ist und zum Beispiel auf Rune of Time sehr viel und gerne nichts spielt hat, dann sucht man immer den Instinktiv am Todesberg. Kakariko. Das ist das Dorf. Ist da aber ein Stück weit südlicher. Am Todesberg sind ja auch die Goronen. Ja, aber die Kakariko-Riana auch sonst. Bei ein Mann da, na? Hm. Echt? Das ist ein Dutz. Rudis. Bam, 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 bam. Oh mein Klee, schon wieder. Wir sitzen jetzt noch auf die Sofas viel zu klein für uns. Das Sofa ist scheiße. Ehrlich. Schön modernes Sofa, haben sie gesagt. Ja. 25 Euro, haben sie gesagt. Aber den Vlog muss ich mir mal wieder angucken. Ich muss mir generell mal diese Umbau-Vlogs, wie wir das Studio hier gebaut haben, gerne angucken wieder. Das machen wir zur Geburtstags. Oh ja, da schauen wir die Dauerschleife. Dann gucken wir die das erste Mal neu. Ja, das ist gut. Gemeinsam gucken wir dann die Vlogs. Alle müssen. Das ist, glaube ich, witzig. Keiner kann sich entziehen. Ist es vielleicht für den einen oder anderen, der dazugekommen ist? Einige, denke ich. Die Vlogs waren teilweise sehr belastend. Kann man auch ruhig sagen. Alter, wenn da jetzt unten einer stünde? Dann wäre der tot. Oh, das sind jetzt Hände. Das sind Hände, ne? 90,50 Stunden einfach nur die Vlogs immerhin. Dauerschleife. Von vorne bis hinten. Aua. Schöne Idee. Also mindestens jetzt einmal die Herzen. Mindestens einmal Herzen. Ich will nochmal Herzen machen. Wahrscheinlich haben wir mit Herzen mehr gewonnen als mit Ausdauer. Ich vermute das. Herz kommt dir hin. Und Heiligung gibt es direkt auch. Ja, gratis. Gratis. Haben wir auch teuer genug. Wir zeigen der Bewerbungen. Also ehrlich mal. Muss man überlegen, bis du die gefunden hast und gemacht hast. Wir müssen jetzt kochen. Das wird richtig schlimm. Oh nee, das kannst du machen. Das mache ich jetzt wieder, ja? Da habe ich auch keinen Bock. Ich kann das tun. Grille es. Oh, Federn verloren. Oder? Ist es zu braun? Ist es zu braun? Okay, ich dachte jetzt, ich hätte keine Federn mehr. Das wäre aber auch richtig bitter. Oh, Karpfen. Oh nein. Ich glaube, du hast das für einen Hund getötet. Oh ja, das wollte ich wirklich nicht. Wer das kennt, weiß, dass er das wirklich nie wollte. Nein, nein. Ah ja, da gibt es was zu backen. Oh, Alexander. Äh, Salamanta. Oh. Poisonita, wie kann man bitte ohne Beefy aufwachsen? Ich weiß nicht, ich bin auch ohne Beefy aufgewachsen. Ich bin mit Beefy aufgewachsen. Ja. Ich war sehr dick. Ah, Hyliacast. Was war denn nochmal geil? Also mindestens die drei Schwertbananen waren top, oder waren es fünf? Ne, drei, ne? Drei Schwertbananen oder fünf? Wie viele Schwertbananen, Digi-Di? Es muss Digi-Di nochmal so ein paar geile Mega-Rezepte raushauen. Wie viele Schwertbananen waren das? Drei, glaube ich. Ah. Nicht? Ne. Ja, genau. Fünf. Oder versuch mal vier. Ne, fünf, sagt er. Immer fünf. Immer fünf? Bei allen Sachen immer alles fünf? Oder nur bei Schwertbananen? Das ist da kein Automatismus. Aber ist doch gut, weil wir hätten ja 53. 50, so haben wir das ja abgedingst. Das ist schon mal sehr gut mit den Schwertbananen. Da können wir schon einiges machen. Dann werden wir richtig stark gegen Ganonen. Wir werden richtig stark, Ganonen. Ganonen. Mit unseren Ganonen. Damit wir kein Ganonen-Wodder werden. Oder Ganoven. Ganonen auch. Das ist wirklich mühselig. Das gefällt mir nicht. Ich finde die Idee schön, aber es nervt mich. Ich finde sie sich extrem nervig. Vermut, auch so viel werden wir einfach nicht brauchen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Das sage ich dir jetzt von mir zu dir. Ja, was wir noch brauchen, ist so ein Ding, was richtig Leben auffüllt. Da mit der Maxi-Rübe oder mit dem Maxi-Gras. Da weiß ich nicht mehr, wie das lief. Der Tabasco-Vlog war auch gut. Oh, ja. Wie hat sich Björn alles gemerkt? Alles. Nix, Pilz. Kein. Was war denn das nochmal? Fleisch und... War das Fleisch und Hyrule-Gras? Hyrule-Gras und Fisch, glaube ich. Nicht so viel, Hyrule-Gras. Das war eine richtig krasse Kombo. Nicht geil, ne. Kmitchi, gute Nacht und bis morgen früh. Ah, sowas. Sowas. Aber da reicht auch eins, Gras. Oder was hast du jetzt noch? Rübe drin? Das ist nicht das Luxus. Nicht das Luxuswild. Ach, wir brauchen nicht so viel, ehrlich. Das soll man alles hier... Das ist ein richtig geiles Teil, war das. Ja, aber das reicht einfach normales Fleisch und ein Gras, glaube ich. Ich glaube, das ist Bombe. Oder eine Rübe. Ich weiß nicht mehr, weil das ist gar nix. Boah. Machen wir nur Rübe und Fleisch? Ich finde das Gesicht von Mathissel auch geil, dass Dirk die Wand eingetreten hat. Das waren noch Zeiten. Ja. Guck mal hier, sowas. Das machen wir jetzt noch richtig schön die ganze Zeit. Wir brauchen das nicht. Hinterher stehst du da wieder und hast... Nee, 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 nee. Kannst nicht mehr. Nee, nee, nee. Machen wir so eine Maxi-Rübe da. Kann immer. Und, macht dir das richtig Spaß? Tolles Spiel. Große Maxi-Rübe mit Edelwind. Boah. Alter, ganz im Ernst. Das ist auch noch nicht... Da hast du, gleiches Erwirkung. Ja. Edelwind verschenkt. Dann ist es weg und ich muss nicht mehr so lang. Ja, ja. Grimmel. Proviant-Tasche ist voll. Leider geht es nicht mehr. Echt? Proviant-Tasche ist voll? Haben wir noch Zeit, Ganon zu machen? Wir machen jetzt Ganon direkt. Was machen wir Mittwoch? Wir haben das eingeplant für Mittwoch. Wir haben sonst kein Alternativprogramm. Ach, wir haben uns da etwas ein. Speichern gleich. Ah, Mathissel ist da. Mathissel schaut mal wieder rein. Tisselchen, na? Schon ewig her. Hallo. Schöner Mensch. Er hat das letzte Mal, als er eingeschaltet hat, haben wir wahrscheinlich auch Zelda gespielt. Und er denkt, wir haben seitdem nur Zelda gespielt. Ja, gut. Schaut einfach nicht mehr zu. Wir haben übrigens 74 Crocsamen gesammelt von 900 Mühlin. 999? Ne, nur 900. Das ist aber auch nicht wenig. Aber auch 77 Schweins. Ich bin oft da, nur melde ich nicht. Ja, ja, lügt er. Ich glaube, er guckt das immer, während er seinen Wiesel wuppert heimlich. Wo er ein bisschen nützt. Macht sich ein bisschen locker. Äh, ja. Stehst schon. Musste. Ja, komm, wir machen es schon mal auf. Wir speichern jetzt kurz hier. Ach, nix. Direkt drauf. Wir speichern auf jeden Fall jetzt hier kurz. Ja, machen wir auch. Machen wir alles. Hier, Elektrohose, Gummihose brauche ich nicht. Hier, das. Antikabwehr. Wärme nicht. Nur das. Nur so ein Kranz. Kranzbrandwein. Das kann ich bezeugen. Er lurkt öfters. Aha. Und wenn er nur einschaltet, um unsere Viewerzahlen zu pushen. Auch das ist schon ein edles Motiv. Edel, edelwild. Ähm, speichern? Hab ich. Sicher? Ja. Bin ich gesehen. Doch, ich habe. Kannst du nochmal speichern? Hat er gespeichert? Hat er. Oh, hier, oh nein. Was ist das? Feuerzauber, Mensch. Feuertzauber, Mensch. Rodoniti. Rodoniti. Werdvoll. Digi, die. Ne, Fava schreibt. Ich finde es übrigens sehr belastend, dass sich mein Uni- und Arbeitsplan häufiger mit Nerdstar-Sendezeiten überschneiden wird. Sad. Ja, die Tags-Vormittags-Sachen oder was? Aber wir sind ja wirklich, wir haben ja wirklich jetzt Programm on mask. Oh je. Oh je, 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 Das ist ausschließlich dumm. Oh, wir hätten nochmal unsere Rüstung richtig pimpen sollen bei so einer Fee. Ah, ja, ja, vielleicht machen wir das. Das lassen wir noch kurz machen. Das ist das, was wir heute eigentlich tun wollten. Das müssen wir tun. Lass uns das kurz tun, Fisch. Wir haben keine Wahlfische. Wo waren denn die, äh? Die waren auch hier bei der, bei Kakariko. Ja? Ah, das war die Schwache. Das war die Schwache. Wo ist denn die stärkere Fee? Gibt's, ah ja, die ist stärkere. Ich glaube, die andere ist stärker. Ist das nicht so? Das ist eine Level 2 Fee. Ich glaube schon. Was, Beate? Ah, Diggidi weiß das. Diggidi, Hilfe, schnell. Hilfe. Ist das hier? Nee, das sind die... Mopskeks. Ab nächster Woche, Donnerstag, gibt's für mich kein Spawn mehr. Bitte what? Athene-Institut. Ah, wenn ihr die einmal habt, sind alle gleich. Alles klar. Ah, okay. Äh, Kakariko. Tagsüber bis 19, 20 Uhr. Was? Uni, Tagsüber bis 19, 20 Uhr? Das ist ja eklig. Und Arbeit? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Er macht sowas. Katrin, gute Nacht. Katrin, gute Nacht. Katrin, du kriegst Post, morgen schicken wir dir Post raus. Das machen wir dir wirklich schnell morgen fertig. Das muss ganz schnell fertig werden. Ja. Raus. Ich hab auch was hierhin bestellt. Vielleicht kommt das morgen, dann können wir dem das mitgeben. Okay. Katzen-Spielzeug, weil ich hab Tayas Geburtstag vergessen. Ah. Ist mir eingefallen. Was bist du für den Katzen, Papa? Drei Jahre ist sie geworden. Aber ich vermute, es wird ihr egal sein, ob sie es heute oder... Hab ich mit ihr geklärt, weil er es nicht egal war, beleidigt. Und dann hast du das eingesehen, dass sowas passieren kann. Ich vergesse jeden Geburtstag, liegt da nicht an... Rops Keks hat auch blöde Arbeitszeiten. Oh, wieder so einer. Schießen. Er ist ganz schön flink. Ah! War weg. Weggewuppert. Das war unmöglich, den zu treffen. Ja, war sehr schnell. Wir gehen. Das ist weg. Ah. Nee, das ist nichts. Das ist nur ein Schleichglöckchen. Da haben wir unser Schleichglöckchen wieder. Da ist bestimmt noch eins. Ah ja, hier, Feen. Die brauchen wir auch. Die holen wir uns. Oh, Feen sind gut. Schöner Bratsche. Zu hoch. Aufstehen kurz. Nein. Oh. Cake. Nehmen. Einfach eingesteckt. Feen ist wirklich eine gute Sache jetzt nochmal. Ja, ja, brauchen wir dringend. Die werden sterben. Einige Male. Wir werden sterben werden. Juhu. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Bubis. Ich habe genug Kraft in deiner Kleidung. Ein gutes Stück. Verstärken, bitte. Licht, bitte. Oh, geht gar nicht mehr so viel. Ah, hier. So was. Aber das brauchen wir nicht. Haben wir bei den anderen Sachen nicht genug Materialien? Oder was ist Phase? Ne, ist Ende vielleicht? Ne, Materialien, Freizeichen. Nicht verstärkbar. Nicht verstärkbar. Ah, hier. Farodra Hornsplitter. Wir haben noch keinen Farodra gesehen. Was ist ein Farodra? Kenn ich nicht. Oder ist es dieses Ding in der Wüste, dieses Sandwurm-Ding? Farodra? Fuck. Diamant, Alter. Ich wette, wir hatten schon Diamant und haben ihn vertickt. Dick. Fuck, ich weiß es nicht. Wir haben es bestimmt vertickt. Orny-Gewand benötigt. Oder Schleimgele. Oh, ich denke, das ist alles nicht. Hm. Uuuuuh. Manche Kleidungsstücke erhalten noch beim Verstärken einen Bonus. Fetten, bitte. Rotes Schleimgele. Schön an die Hose gepatscht. Ernsthaft, Mar? Ich muss überlegen. Noch anderes würde ich bestärken. Gelbe Schleimgele. Zitterfrucht. Das ist alles schnapp. Haben wir alles. Schenking. So die Hose. Schön die Warthose. Ja, ist jetzt alles nicht so richtig episch aufgepumpt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was ist mit der Ritterrestung denn zum Beispiel? Ja, geht nicht. Hä? Aber deswegen nicht. Guck ich. Guck mal. Ob es nicht aufwertbar mehr ist. Oder was ohne. Ich glaube, da standen ganz viele Fragezeichen, weil wir noch die dritte Fehl noch nicht gefunden haben. Das kann sein. Das hier müssen wir machen. Da fehlt der Hornsplitter. Das sehe ich. Das ist dumm. Und die können wir noch nicht. Siehste? Können wir noch nicht. Aber hier Kletterhandschuhe. Ja. Die hätten wir auch noch gehabt. Immer mal zum Klettern. Na gut. Nicht dran gedacht? Nicht. Ich. Oh, noch fünf Minuten. Zeit Zeitpunkt. Das schaffen wir gar noch nicht mehr. Nicht ganz. Nicht ganz. Fast. Wir können uns wenigstens vor Hylia positionieren. Hylia. Vom Schloss positiv. Ja, ja. Ihnen noch schnell. Gelbes Schlele. Gelee noch Schloss werden. Gelee. Aber es finde ich geil, dass man diesen Loot dann auch einsetzen kann hier. Ja, ja. Der einen erst so unsinnig vorkommt. Ja, ja, ja. Auch für sinnvolle Dinge. Risch-Echse. Verbaut, ja. Echt? Oh, haben wir noch genug. Haben wir. Machst die alle fertig jetzt noch gerade? Ja, eben schnell. Endlich. Karotten müssen wir nicht brauchen. Zicke zack. So. Noch ein paar Echsen. Moblin-Horn. Ja, sowas. Davon haben wir genug. Moblin-Hörner und Herzen und alles. Find ich so ein komischer Horn-Splitter. Von wo ich nicht weiß, was das ist. Ja, hier eben noch. Da kenn ich nix von. Horn-Splitter. Nee. Nie gesehen. Faro-Blias. Wo sind die Möpse? Was ist da rechts noch? Mach mal sowas. Problem. Hauer. Hauer auch. Einige. Mann, haben wir Hauer. Aber jetzt können wir nicht mehr, weil wir nicht genug Echsen haben. Hast du geguckt, ja? Ja. Ah ja. Die waren auch scheiße zu finden. Ja, oh, weißt du noch? Ja, ja. Keine der ganz glorreichen Stunden. Ne. Da haben wir uns wirklich dumm angestellt, wo wir diese Lösch-Echsen, wie hießen sie? Feuerechsen? Feuerechsen. Lösch-Echsen. Es gibt Lösch-Echsen. Waren es Lösch-Echsen? So, fliegen wir wieder hoch. Von hier rüber, ne? Oder wollen wir frontal angreifen? Können wir auch. Dann kommen wir noch mal ran. Da sind aber, glaube ich, ein, zwei Wächter auf dem Weg, ne? Ja, aber wir sind ja heftig drauf. Mhm. Sieh uns an. Uh, schau mich an. Guck mal, wie die Echse krabbelt. Gleich. Da. Ist geil. Gefällt mir. Ist gut, dass alle sich alle anders fortbewegen, ne? Mhm. Oh je. Weiter geht's. Turm der Ebene. Oh, der allererste Turm ist das jetzt hier? Ah, guck mal, der krabbelt da schon. Direkt. Alter. Zicke. Ja, geh runter und mach ihn kurz platt. Kurz platt? Mit Schild, zack. Ja, erstmal gucken, wie soll man gehen? Ah, siehste? Ah. Und, ähm, äh, wir müssen Obozas Zorn wieder aufladen. Ah! Dreier. Und die denn alle her? Ah. 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 Krass. Boah, krass. Wie viel denn noch? Ja, ja, der musste einige. Geht der jetzt Schaden? Natürlich nicht. Oh, Dinge. Wie lange wollen wir runterfallen? Wegen des Aufwindes. Ja? Ah, okay, das kann sein. Cool. Okay, hier ist jetzt richtig heftiges Imba-Gebiet. Mein Schild ist noch am Start. Vielleicht, äh, rüchte ich mal ein Gammelschild aus. Weil, vielleicht mach ich's kaputt aus. You know? Mhm. I know. Leider. I know. I know from wie Erfahrung her. Aha. Oh. Lass uns kurz noch ablenken. Weißt du was? Nee. It's coming. It's gotta be somewhere here. Was sag ich mit den anderen, ähm. Hä? Jetzt hat's ganz schön früh angefangen zu piepsen, ne? Fühlt sich ja an. Aber... Ich seh nix. Lauf mir offensichtlich noch richtig. Böhm. 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 Untertitelung. BR 2018